Die Läden sind da selber drin, aber die haben halt ihre eigenen Fahrer nicht. Ah, schön, dass du eingeschaltet hast, schau doch, wenn du bei uns noch der Fuchs, hallo. Hallo, das ist quasi so, als würdest du eine Spedition beauftragen, statt deinen eigenen Fuhrpark zu haben. Aber die müssen da aber selber immer noch reingehen. Ja, ja, klar. Ach so. Aber die kannst du es dann bestellen, dann organisieren die wahrscheinlich über diese Uber Eats App einen Fahrer, der verfügbar ist. Der kommt dann, holt das dann ab und bringt dir das dann. Ah. Okay. Oh, der Roll ist hier. Oh, das stimmt. Das heißt, du brauchst halt die Fahrer nicht selber anstellen und bezahlen, weißt du, sondern du meldest das quasi um auf die Lieferkosten bzw. auf das Essen. Okay. Ich weiß ja nicht, bei Lieferando auch so, es gibt ja auch nur Lieferando-Fahrer, die dann rumfahren und... Okay. Ich habe es dann nicht damit gerechnet, dass ich direkt den Bosse habe. Teuer. Ich habe mir jetzt so viele Spritz mitgenommen, weil ich das auch hier hoch... Ich habe gar keiner dabei. Ich habe mehrere Pummel. Ach so, ja. Das ist auch genau. Ich bin noch zum Sprengen, aber kein Bosse, den ich sprengen kann. Nein. Was? Gibt es dir? Komm, bau die auf. Warte mal, blänzer. ich bin schon wieder dadurch um hochladen Auf hier. Ich muss mich boxen, ich weiß, wie er noch einen Trakt in dir. Komm her. Der Halsdauer. Der Halsdauer. Hey, ich muss doch einen Feuerwerk vor dem Stuhl. Wo ist der? Ja, der ist der. Komm mit, hol ihn doch oder ausdauer, trocken ausdauer dafür. So füge ihn doch. So. Du 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 du. Wo? Hey ho, let´s go! Ach, secure A. Sie tun zu. Soll ich doch einen Fall nehmen machen? Hier ist auf jeden Fall alles offen. Alles offen. Reicht aber, wenn die da hinten zum was. Dann setze ich mich hier vor. Schieße ich einfach durch die Tür, wenn ich sie mal ziehe. Kann ich auch hier draußen nehmen machen. So. Gut, für einen kurzen Moment schwamm ich. Okay. Welche Richtung? Süden, Südosten? Jetzt nicht mehr. Der riesige Wels, der hier legt, ey. Ach, weiß ich nicht. So lecker sieht der nicht aus mit den Gedärmen, die da rausliegen. Gedärmen. Ich muss da erst mal. Boah, hast du den richtigen Riecher. Ich hab den richtigen Riecher, genau. Ich hätte gerne nicht den Riecher. Bin, ist halt beschissen, wenn das Fall dich nicht richtig drehen kannst. Das ist kacke. Du bist halt auch der Elb aus unserer Gruppe. Ey, das ist das richtige Scheiße. Ich hab keine Ahnung, ich hab da nichts zu gucken gehabt. Lass mich bloß sehen, deine verwackelten Augen. Danke. Was sieht denn schöner Blicke? Dein Silberblick. Das ist echt. Ich schieß noch. Ja. Ich glaub, die kommen näher. Aber ich weiß, die kommen näher. Oder so. Du weißt, ich. Ich muss schon mal gucken. Dann geht's dir ja gut. Wir sind zurückgegangen. Die haben gut gekauft. Das schmack gut. Ja. Ja, weiter weg auf 150. Aber ganz schwach. Oh, würde ich so am Rand vom Seen. Problem, ich hab nur ne Pistil und ne Shotgun. Ja, ich auch. Ich auch. Jetzt warten wir noch oder gehen wir da hinten ins Gebüsch. Aber gerne mal gucken gehen. Weil ich glaube, die sind dahinter. Ja, wir können mal im Gebüsch gucken gehen. Guck, hier drücken noch mal, ob ne Kasse drin ist. Glaubt, die sind nämlich dahinter. Weißt du? Keine Kasse. Keine Kasse. Vielleicht noch. Nice. Ja, da sind zwei. Aber genau da, wo ich es sagte, da hinten weiß ich. Da unten ist er da. Ja, der rennt da irgendwo weg. Jetzt haben wir auch wieder nichts mehr. Dann komm, Bruno. Nein, da ist bei 135, 140 ungefähr. Jetzt kommen wir an. Jetzt ist es wieder der Fettwurbel. Schön, da kommen die neuen. Ich werde mal gucken. Drei Stück. 90, 120 und 140. Ja! Ja! Ich bin aufgrundsätzigen Meldetang. Ich erschrocken. Wo ist hier? Weiter tot. Weiter tot. Einer Star. Ja, genau. Den habe ich gerade auch laufen gesehen, irgendwo. Hat nicht? Ja. Tote. Da hinten ist noch irgendwo einer in die Richtung. Da einer auf 90. Ohne durch. Ich bin wahrscheinlich gegen andere gerade. Hup, außauschputze. Hier liegt ein Toter. Prax. Hausschputze. 90, relativ weit. Bei den Häusern wahrscheinlich. da hatten wir sie sind im baum schweigt hinterm baum t1 hunter ist hier hinter das dauert zum beispiel oder sekunde ich sehe gar nichts mehr ja hier liegen noch zwei die schmutzung auch was war auch so wacke war das bilde und dann noch mal eben bei der kutsche vorbei ich weiß nicht holen wir wollten ausgehender kleben china es wartet haben gehört ja ja ich würde sagen hey ich habe drei also ich habe fünf ich glaube der farm ich gehe mal entgegen oder was mache ich habe keine ahnung ich weiß nicht zu wem er gehört da läuft er drauf eine pistol ja mit aber nicht hat ein hüt ran musste jetzt an der weißen hütte sein das ist nur der eine rechts von der hütte links ah da wird aktuell wie für die dass jetzt am ist der gut aber aus Warte von der Waffe? Ich versuche ihn zu holen. Der Hive sieht mich nicht, okay. Mich sieht hier aber. Na schlecht. Ne. Was? Scheiß. Ja ja, der ist tot. Reif hat mich ja gemacht. Ja ja, okay. Scheiße, Stücken. Hat der Kopf drüber geguckt? Mignon. Aber noch nicht weg. Ja, ich habe den Kopf drüber. was hat die form dann läuft er am rand rum frech da noch eine kutche vorbei ich glaube die machen sie schon wegen der russer dafür platz bis zum ausgang ja eine schütze überschneiden so 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 See-haha! Yeah. He-ha-ha. Oh. Na jod, ne. ich hab den hund auf dem poppiskon habe mir leider nicht gesehen er hätte sich die scheißvögel Die waren noch weg. Der hat ja auch nicht nur gefarmt. Der hat ja sicher Waffen dabei. Aber wenn ich, wenn ich farme, gehe ich ihn meistens mit doppelt, äh, Zeilenpüste mit Giftreifen. Wann ist es wegzuknüppeln? Ich schieße ihn einmal an, wenn er nicht reinkommt. Sollass ich es wie Willi ist. Wie Willi, bis er wieder hinkommt. Hehehehe. 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 So, hier wollen wir rumgucken. Hehehehe. Hehehehe. So, hast du noch großen Balken, den du weg haben willst? Ne, wir haben zwei Kleider verloren. Willst noch einen von ihnen? Ne. Warte. Oh. So. Starte die Batterie. Ooh, Gleich! Da-dum. Schön. So. Ta-dum. weißt du was verrücktes der war nicht alleine und der ist noch umgerannt ja der ist ja so weit rumgerannt jetzt auch glaube ich nicht hinterfragen heute geht wie schon mal nicht akku mal drei kiel zahlen aber ja schon wieder hat ja schon was gemacht wir haben schon gemacht ich meine ich möchte über den poten ich habe 2500 xp von 2500 gespielt heute ich habe 2900 ich habe das letzte mal gespielt so na ja schaust in den kommentaren vielleicht ist ja das uns gerne wieder einschalten aber natürlich die frage schönen morgen und hand und genta schmerzer schwer tschüss genta schmerzer tschö